Ah, Herzlich Willkommen zu einer anderen Folge von Black Ops, Call of Duty, ganz entspannend heute wieder. Der war weg, der war richtig weg, der war richtig lost. Der will noch auf die Schnauze. Oh scheiße, das war derselbe, nämlich der mich gerade platt gemacht hat. Werfer Granate. Rache ist so süß, aber Rache ist noch besser. Ja, du Rudi, Alter. Das ist keine Chance. Ja, das soll nicht, Kollege. Wie schießen die wieder? Boah, was? Wo kommt denn der her? Der hat ja eine Schrotflinne. Sieht nicht gut aus. Meine Gegner sind da richtig lost. Meine Teammates. Der war weg. Scheiße, der hat mich abgeknallt beim Laden. Das ist natürlich richtig bitter. Ich hatte noch eigentlich einen zweiten Schuss. So, wo kommen die jetzt? Oh, du bist doch eine Windvieh, Alter. So, schießen wir. Die schießen irgendwo. Ja. Die kommen bestimmt noch von hinten, oder? Ja, weg. Weg war er. Der war auch weg. Boah, du bist eine Windvieh, Alter. Das kann nicht sein, Alter. Hier, nochmal den hier. Alter. Leck mich doch am Po, Alter. Junge. Wir müssen mal wieder rausgehen, hier. So gefällt mir das. So schmeckt mir das. Oh, scheiße. Wieso hält der nicht still? Alter, das ist doch schon der Scheiße. Alter, leck mich doch am Po, Alter. Das ist doch schon der Scheiße. So ist das doch scheiße. Jawoll. Wie sieht es mit Punkten aus? Sieht nicht so gut aus. Sieht mir noch ein bisschen mehr. Ja, das schmeckt mir das. Oh, scheiße. Der kommt doch. Alter, Junge. Das ist ja wirklich weg. War wirklich. Oh, zu scheiße. Manchmal bin ich so gut. Gehe ich richtig, pushe ich richtig gut rein. Und dann ist es zeitlich, ist er einfach nur richtig los. Der schießt ihn doch irgendwo hin. Oder den ist auch gut, nein. Das ist doch scheiße, der Scharfschützengewehr. Das ist so Nies, Alter. Hier, der ist weg. Komm. Ja, das schmeckt mir. Komm. Ja. Scheiße. Von hinten wieder. Scheiße. Jetzt rein, rein, rein. Sehr gut. Ja, der hat geschmeckt mir. Was? Oh, was? Nein. Alter, das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht so. Mäuse, man. Oh, der war jetzt aber haschhaft. Scheiße. Ja, mach mal den so. Ah, so gefällt mir das. Boah, was? Der ist okay, das ist Geschichte. Die sind jetzt richtig gut. Die ziehen richtig gut. Boah, du bist doch so ein Dreck. Der hält eine Schrohspiel raus. Das ist schon richtig fest. Ja, das ist aber nicht so geil. Wir müssen mal hier unbedingt... Einfach nur rein, spreadern. Einfach nur rein. Jetzt kommt eine scheiß Granate. Das ist so zum Kotzen. Ah, scheiße. Was ist denn jetzt? Was ist das doch? Was ist das doch gar nicht geil? Ja, komm, geh nach Hause, Kollege. Kann ich hier durchziehen? Scheiße, von der anderen Seite. Ah, das ist doch scheiße. Wie kommt der anderen? Boah. Ja, hat das mir geschmeckt. Er ist leider um den Zweiter werfen soll. Was? Ja. Ja. Er ist weg. Oh, der stirbt einfach nicht. Kommt. Ja, der ist weg. Kommt der nächste. Da haben wir das Geschütz hier. Das ist wirklich schon im Sack. Nach der Weg hier. Ah, wo muss das sein? Überauf. Wieso sterbe ich denn da schon wieder? Das ist doch scheiße so. Also irgendwie... Das ist echt scheiße. Warum sterbe ich da? Ah, du hast mir geschmeckt. Wie sieht das jetzt aus? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich mach mal ein bisschen mal. Er geht auch drauf. Mensch. Alter, das war doch richtig abgezogen. Alter, der hätte längst drauf gehen müssen. Alter, der macht den hier. Ich muss dich jetzt pushen, aber die machen ja richtig Gas. Ich muss mich jetzt aufpassen. Boah, Alter, hier fliegen. Lasst sie fliegen. Lasst sie fliegen. Ich muss dieses Geschütz hier... Was muss ich machen? Voll. Alter, das kann man klar benutzen. Nice. Jetzt komm ich gleich raus. Wie kommst du da oder da? Das schlägt man auch mal nach. Kommt, perfekt. Er stirbt gleich. Oder auch nicht. Er ist weg. Er ist schon weg. Ich sehe nichts. Boah, der Dränke-Spreader. Ist erledigt. Kommt der jetzt von der anderen Seite? Nein, die kommen wir von der selben Seite. Okay. Nice. Ja, hier kommt bestimmt einer klein gefließt. Oder? Oder auch nicht. Der chillt wahrscheinlich. Aber wir sind schon richtig gut dabei. Gefällt mir. Da kommt einer reingeflitzt. Kommt der bestimmt hierher. Ne. Ja, der hat geschmackt. Haben wir den hier. So. Boah, lecker. Ist hier die Stellung? Nee, die ist nicht hier. Scheiße. Falsche Sicht. Falsche Seite. Ups. Ja, das sehe ich auch so. Boah, was? Hey, hey, mach was. Hier, rein. Scheiße. Was schießt der denn ab? Was schießt der denn ab? Ah, der ist jetzt richtig gut. Ja, das ist super. Nein, rein, rein, rein. Ach, scheiße. Was ist das scheiße so? Ja, schön rausbrettern. Komm. Ah. Das ist echt scheiße so. Wo ist das Geschütz? Ja. Der scheiße Gecopter muss weg. Mach den Tod. Ich habe leider keine Raketenwerfer. Habe ich leider nicht. Ja, noch schlimmer. Komm, die können wir jetzt nicht. Komm, scheiße. Ja, da hast du keine Chance gegen den Tieflieger da. Bist du einfach noch am Arsch. Da kannst du nur noch pushen mit Granaten. Ja, well. Komm. Einfach reinflattern. Komm, runter, 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 runter. Scheiße. Da hast du keine Chance. Komm, lege ich mich jetzt mal hin. Ist da noch einer? Ja, der war einfach. Der war auch weg. Für Power 200 Punkte. Und dann 50. Also doch. Scheiße. Jetzt gehen wir wieder raus. Weil es ist scheiße, Leute. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. So, weißt du. Jetzt haben wir noch weniger. So. Ja, los, los, los. Rein, rein, rein. Ja, ja, ja. Okay. Boah, was soll denn die Scheiße. Was? Der hat so gut durch die Weine geschlossen. Das ist echt. Das kann die andere glaube ich nicht. Werfe Granate. Werfe Granate. Ja. Boah. Jetzt pushen sie. Die haben sich so, äh, das ist echt immer so alt. Werfe Granate geht raus. Das ist so scheiße, Alter. Wir brauchen noch. Ach, wir brauchen noch so viele Punkte. Also 100 Punkte. Also nicht ganz 100, aber. Werfe Granate. Werfe Granate. Ja, das ist nicht schaffbar. Einfach, das ist jetzt einfach, die pusht so dermaßen. Ey, es ist einfach scheiße. Es ist so scheiße, ist das. Ah, komm mal her, ja. Ich bin hier, die Louis, ach komm, Alter. Das ist so, so sinnlos. Ja, was macht ihr den? Das ist so scheiße, Alter. Aber das ist gut, da ist. Ja, nice. Hier, hier drauf, 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 drauf. Komm, komm, komm. Ah, das sieht gut aus, Mann. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Komm, 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 komm. 30. Ah, das sieht gut aus. Das schmeckt mir. Alter, leg mich doch nach meiner Hagenhabe schnell. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, wir sind auch einer weniger. Alter, deshalb kommen auch keine nach, weil er jetzt ausgeglichen ist. Oh, was? Du bist zu einem Tricksack, Alter. Oh, leck mich doch. Aber wenn jetzt einer überlebt. Los, 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 los. Jeder zählt jetzt hier. Ja, das schmeckt mir. Komm, komm, komm. Ja. Oh, ich wusste gar nicht, wie ich es soll, Alter. Ja, das ist scheiße. Ja. Scheiße. Ach, dieses scheiße Scheiße, Alter, zu machen. Ah, ist doch so kack, Alter. Dieses Drecksgeschicks, Alter. Ach, wirklich Kopfschmerzen bei sowas. Reißt euch zusammen, Alter.